So, Map Deichkind von am Ende des Videos Jee Was ist das? Ohohoho Das Schütze Oh, da ist der Deichkind Schütze Dann nehm ich mal an, die Map ist von Deichkind Geh ich mal stark von aus, aber hier wird's noch mehr Erstmal müssen wir vorsichtig mal killen hier, weil Ohoho, was ist denn da Das wird nicht ganz so einfach Sollte ich mal eine andere Position einnehmen hier Am besten mit einer Granate, oh jej Das ist nicht einfach, ich muss jetzt erstmal hinkommen Der hat da eine gute Position So Wir müssen da jetzt erstmal hin, das mach ich zu meiner Aufgabe jetzt Deichkind abzuknallen hier Am besten irgendwie von hinten Ich hoffe mal, ich komm da irgendwie hin Wie kommt man denn da hin? Ist hier ein Eingang oder was? Nein Wer war das? Ah, da ist ne Leiter Ja, jetzt müssen wir hier nur irgendwie hochkommen, ne? Aha Da haben wir die Möglichkeit Müssen wir nur hoffen, dass er mich nicht abschießt Nein Das ist jetzt fies Gerade jetzt Jetzt war ich schon so weit Und dann werde ich abgekneut Ja, ich kann auch hin und her laufen, du So läuft das nicht Ja, Deichkind verzieht sich wieder hier, ne? Hast du Angst? Ich komm jetzt Das Blöde ist hier, ist der Spawn Das ist voll beschissen hier Wenn ich versuche von hier hoch zu kommen Mache ich sehr schlechte Chancen, ne? Weil entweder du guckst und willst mich killen Oder ich werde hier nicht hochkommen Weil mich ein anderer killt, der grad spawnt Aha Also ist irgendwo ein Eingang, wo man drunter herkommt Und dann da hinkommt Den kenn ich leider nicht Natürlich, wenn jetzt mit mir einer hier hochkommen würde Würde ich auf jeden Fall da hinkommen Aber es gibt bestimmt noch einen anderen Weg Und die Frage ist nur, wo Und den kennt natürlich auch nur Deichkind, ne? Und Kumpan Und die Granaten reichen natürlich auch nicht bis da oben, oder? Doch Du bringst mir jetzt gerade nix Kommt man nicht aus dem Ah, warte mal Hier ist noch eine Höhle Ja, sehr schön Na toll Ja, sicher Da dachte ich Ich komm jetzt da hin Und das war wohl nix Ist doch kein Loch im Boden hier Wo ist der Eingang? Deichkind Wo hast du ihn gemacht? Verrate es mir Aha Der kennt ihn auch Ach Mist Hat nicht gereicht So Aber warte mal Von da oben schmeißen sich die Granaten besser, denke ich mal, ne? Wer war das? Der Depp So Jetzt hab ich aber eine gute Position zum Abknallen der Leute da hinten Nein, das sollte ich nicht machen Na Wieso erwisch ich ihn nicht? Ne, ne, mein Freund So einfach mach ich's dir nicht Ich treff den auch nicht von hier hinten Ne, das ist ein Problem Lalalalala Lalalalala Nein Er hat mich Ist ein bisschen fies Nur von da oben Deichkind Also Mal ein paar andere Positionen ausruhen Wäre mir auch nicht schlecht Solltest du fürs nächste Mal ein bisschen bedenken Es ist ein bisschen langweilig Nur von einer Position Okay, ja Wie ich schon sagte Map Deichkind Von Deichkind Ist mir ja schon klar gewesen jetzt Sieht nicht schlecht aus Ich bin immer noch gespannt Wie man da hochkommt Wo der Weg ist zum Reinkommen da Aber das werden wir vielleicht N anderes Mal erfahren Falls ich's da rausfinde Mach ich noch ein Video Alles klar, ciao Bis zum nächsten Mal